Die werden doch nicht im Hotel einen Corona-Fall haben. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch aus unserem Urlaub. Wir sind in Österreich, in Gossau, im Dachsteinkönig. Und ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit durch den Tag. Ihr habt uns ja schon beim Kofferpacken zugeguckt, das letzte Mal. Und jetzt sind wir hier und haben eine wirklich, wirklich tolle Zeit. Nein, es ist etwa 9 Uhr, wir sind schon mega spät dran. Wir wollen nämlich jetzt frühstücken gehen. Ebi, wir müssen noch Schuhe anziehen. Und dann geht es nämlich runter. So, ich habe hier meine Badelatschnur angehabt. Oh, ja, nicht einfach hinlegen, unser Zimmerschlüssel. Nicht, dass ihr den vergessen und dann kommen wir nicht mehr in unser Zimmer rein. Das wäre, ja, dann mussten wir zur Rezeption. Geht ja immer, hatten wir ja auch schon, ne, in unserem Leben, aber es muss nicht sein. Wir haben übrigens super geschlafen. Oh, ja. Die Ebi schläft wie ein kleines Steinchen hier. Und ich habe auch echt gut geschlafen. Das Bett ist super bequem. Die Ebi ist jetzt schon mal zum Frühstück. Ich muss doch mal zurück zum Zimmer, denn in der jetzigen Krisenzeit muss man immer draußen... Erster Stopp! Genau. Hier ist die vierte Zeit. ...muss man draußen immer so ein Schild hinhängen, dass man das Zimmer gemacht haben möchte. Und das haben wir vergessen. Und gestern hatten wir es auch nicht hingehängt, da musste es aber auch nicht gemacht werden. Da wurde das Zimmer dann auch tatsächlich nicht gemacht. Und heute wäre es auch noch mal nötig. Hört ihr die schlup-schlup-schlappen, die ich dann habe? Hier ist es. Da kann man dann entweder sagen, wir sollen nicht rein gehen, dass das Quatsch ist. Weil das machen sie ja eh ungeschnittlich. Und die grüne Seite bitte einmal reinigen. Hier ist übrigens die Lobby. Hier gibt es immer was zu essen und zu trinken den ganzen Tag über. Und dann ist hier so ein superschöner Bereich und ein wunderschöner Baum. Ich habe es euch mal ein bisschen heller gemacht, so seht ihr es besser. Es ist nicht schön. Wir sitzen jetzt hier beim Frühstück. Eigentlich wollte ich euch das Frühstücksbuffet mal zeigen. Ich weiß aber nicht, ob das heute früh noch geht, weil in Linz wohl jemand jetzt an Corona erkrankt ist. Und wir schon beim Runtergehen voll den Schock bekommen haben, warum haben die hier alle Masken an. Jetzt gibt es auch den Wegen. Auch in Österreich wieder Maskenpflicht. Ich schaue mal, was ich machen kann. Ansonsten sind wir hier gerade gemütlich am Sitzen. Isi ist auch dabei und die Sandra auch. Morgen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nachher wirklich ins Einkaufstentum fahren wollen oder nicht. Weil da muss man ja jetzt bestimmt auch Maske aufziehen. Die Kinder bestimmt. Das sage ich jetzt auch immer. Das mache ich jetzt gleich. Das sage ich, weil den ganzen Tag am Pool ist vielleicht auch ein bisschen viel Sonne. Aber das wollen wir uns überlegen, was wir machen. Ja. Hier ist jetzt das Frühstücksbuffet. Das ist eine Riesenauswahl. Echt toll. Und da vorne ums Eck geht es auch nochmal weiter. Ich sitze jetzt hier ganz alleine mit der Maske. Sandra musste nochmal ins Zimmer. Die Mädchen sind raus und die wollen spielen gehen. Ist ja auch okay. Und als ich heute früh aus dem Zimmer bin und überall trugen die Gäste Maske, die, die mir entgegen kamen, dann hier in den Restaurantbereich zum Frühstück, dachte ich nur, die werden doch nicht im Hotel einen Corona-Fall haben. Also mir ist echt komisch geworden. Und ich muss auch schon sagen, als wir hier ankamen und es brug hier keiner Maske vor zwei Tagen, dachte ich schon, boah, dass die beste Entscheidung war, so mitten in der Corona-Zeit in Urlaub zu fahren. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, es nicht zu machen, aber es ist natürlich auch schön, mit den Freunden unterwegs zu sein. Ihr seid bestimmt ähnlich Zwiegespalten, was das Thema angeht. Aber irgendwie dachte ich, die würden hier auch wie in Deutschland in den öffentlichen Bereichen Maske tragen, sodass sich jeder gegenseitig schützen. Als es dann nicht war, dachte ich schon, boah, auf der einen Seite toll, weil man so dieses Back-to, dieses Old-School-Feeling hat, wie es früher mal war. Aber man fühlt sich echt irgendwie so schutzlos. Und dann gewöhnt man sich fast dran, aber ich habe schon die letzten paar Tage ganz ehrlich da so ein bisschen mit zu kämpfen gehabt. Und als ich dann aber heute früh aus der Tür kam, ich dachte, die haben hier im Hotel einen Corona-Fall. Aber es ist 200 Kilometer weit weg und der ganze Landkreis wird jetzt halt hier wieder mit Maskenpflicht ausgestattet, was ich auch ganz gut finde. Und das ist hier auch im Hotel gar nicht verkehrt, wo so viele Leute aufeinander hängen. Und dann fühle ich mich allgemein auch hier im Hotel wieder wohler. So, jetzt habe ich euch da genug vorgelabert. Eure Gedanken dazu würden mich allerdings sehr interessieren. Wenn unter dem Video keine Kommis an sind, dann schreibt mir doch bitte auf Instagram, wie ihr das seht. Da heiße ich alles-jade. Also würde mich echt interessieren, werdet ihr jetzt in den Urlaub gefahren? Und wie hättet ihr euch gefühlt, wenn ihr im Hotel ankommt? Da ist keine Maskenpflicht. Ja, dieses Hotel hier ist echt wunderschön. Und die machen ja auch nur das, was der Staat vorgibt. Also ein Hotel macht ja nicht seine eigenen Regeln. Und ich als Hotelbesitzer würde auch keine Maskenpflicht verlangen, wenn der Staat es nicht vorgibt. Das ist ja nicht dem Geschenksmodell zutragen. Naja, wie auch immer. Das wären jetzt meine 5 Cent. Wir sind kurz nochmal auf dem Zimmer und düsen jetzt gleich los. Erkunden noch ein bisschen die Gegend, denn hier ist es echt total schön. Und ich dachte, ich gebe euch einfach mal eine kurze Roomtour. Ich schaue sowas immer total gerne und ich weiß, ihr auch. Und würde sagen, ich fange einfach mal an. Das ist jetzt hier übrigens das Standard-Familienzimmer. Das ist kein Upgrade, das ist so ein tolles Zimmer. Wirklich Wahnsinn. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ich stehe jetzt hier mit dem Rücken zur Tür. Als erstes sieht man dann hier diesen tollen, begehbaren Kleiderschrank. Hello! Seht ihr, da könnt ihr auch gleich mein Outfit sehen. Und wenn es dann hier weitergeht, seht ihr das Hauptzimmer. Und zwar dann jedes Zimmer eine kleine Sitzecke. Und dann das Bett. Und ich finde gerade die Holzdetails hier so schön. Da geht es dann ins Bad rein, zeige ich euch auch gleich. Ich stehe jetzt mit dem Rücken zu der Sitzecke. Dann seht ihr, es hier ein Fernseher, eine Minibar. Da ist übrigens der Abfalleimer drin versteckt. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Schreibtisch. Das findet Ava so toll, diese Höhle. Da ist übrigens ihre Krabbe drin. Ihr Faultier heißt Krabbe. Und Krabbe ist umgekippt. Ava liebt das. Das ist so schön für Kinder. Und dann ist hier nochmal ein Kinderzimmer separat. Und wenn wir jetzt hier vom Schlafzimmer zur Tür laufen und abbiegen, kommen wir ins Badezimmer. Das hat hier auch so eine tolle Holzwand. Badewanne, Doppelwaschtisch, einen für Kinder. Finde ich auch toll. Und dann kann man hier durch ins Schlafzimmer schauen. Und eine wundertolle, große Dusche. So ebenerdig. Also wirklich ein ganz tolles Hotelzimmer. Wir fühlen uns super wohl. Ich sammle jetzt Ava ein und es geht weiter. Wir sind jetzt in Bad Ischel angekommen und haben geparkt und erkunden das Ganze jetzt ein bisschen. Mädels, kommt ihr? Die machen da hinten TikToks ohne es aufzunehmen. TikToks ohne Musik, ne? Kann man doch auch machen. Na klar, kann man alles machen. Ich würde gerne in den Dremden sprechen. Schön sieht es da aus. Das sieht so nass aus. Die Mädels haben sich nämlich in den Kopf gesetzt. Sie wollen entweder Mochis oder Bubble Tea finden. Nee, beim Chibo. Nee, beim Chibo werdet ihr kein Bubble Tea finden. Bubble Kaffee. Bubble Kaffee, genau. So hübsch ist das hier. Wir sind in Bad Ischel, gell? Ja, aber hier ist bei uns. Aber genau so. Wir stehen hier vor so einem Traditionsbäcker. Schaut so toll aus. Ist auch so schön beleuchtet. Das sieht es mal da drin. Das schaut ja mal toll aus, oder? Wow. Sieht es nicht toll aus da drin? Ich weiß nicht, ob die Bubble Tea haben. Ganz bestimmt sogar nicht. Aber die haben bestimmt ganz tolle Kuchen und so. Wollt ihr mal reingehen gucken? Schaut euch mal die Torten an. Und auch hier vorne Pralinen. Die Mädels sind gerade neben uns da in den DM rein spaziert. Wir warten jetzt draußen und haben da ein richtig cooles Schaufenster entdeckt. Und zwar schaut, die haben ganz viele Boho-Sachen. Wunderschön. Kennt ihr die Marke? Die Fiera? Ne, so habe ich noch nie gehört. Ist super schön. Und hier seht ihr das. Das Bad Ischel ist echt hübsch. Und jetzt müssen wir warten, bis die Mädels da wieder rauskommen. Schaut mal, wie schön die Aussicht hier runter ist. In die Berge rein. Wahnsinn. Wir haben uns jetzt hier in so ein goldiges Café gesetzt. So ein Straßencafé. Und die Mädchen haben Hunger. Und die Eva hat auch ein ganz hungriges Gesicht. Sollen wir mal gucken, was wir finden. Wir haben uns hier so eine ganz saure Limo bestellt. Das erinnert mich total an die USA. Schmeckt so lecker. Und die Mädchen haben probiert und sagten nur, da zieht es uns ja die Zunge zusammen. Was wollt ihr machen? Wir haben hier schon ein Tattoo. Und ich will hier ein Puschino. Ich will hier ein Puschino. Ich will hier ein Puschino. Und direkt da. BFX-Tattoos, oder was? Ja, ja. Okay. Sandra. Sind die gestochen? Ich bin total übervollet jetzt gerade. Sind die gestochen oder darf man die selber? Die sind dann echt. Die bleiben für immer. Dann auf jeden Fall. Während die Eva immer noch mit mir streitet, ob sie jetzt ein Tattoo kriegt oder nicht. Ja, sie ist gefallen. Die tätowieren doch eh erst ab 18. Das würde ich eh nicht erlauben. Ich war doch noch 18 und fast 10. Ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir hier diesen tollen Laden entdeckt. Da habe ich euch ja gerade das Schaufenster gezeigt. Und bummeln jetzt hier durch. Es war also wirklich, die haben so tolle Sachen da drin. Wir haben uns jetzt einfach mal einen kleinen Katalog mitgenommen und blättern zu Hause noch mal. Schaut mal, eine Kutsche. So schön. Wir sind nun wieder zurück und sitzen hier in der Lobby. Wir lassen uns gut gehen. Ach, schaut mal, ich habe mir bei Keck noch diesen Koffer gekauft. Weil der eine Koffer, den ich mitgenommen hatte, da ging der Reißverschluss jetzt kaputt. Ja, und dann, die anderen sind gerade im Bad, waschen Hände, wenn die zurückkommen, die ich Hände waschen. Und wir essen jetzt eine Kleinigkeit und dann werden wir schwimmen gehen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich und gucken direkt auf das Dachsteingebirge. Das ist so, so schön. Schaut mal, hier ist noch so ein kleiner See angelegt und hier ist es dann wunderschön. Und wenn da die Sonne drüber untergeht, das muss ich euch nachher zeigen, herrlich. Da ist dann noch eine Seilbahn, Spielplatz. Da seht ihr die Rutsche vom Schwimmbad. Da oben dahinter steht auch eine riesen Hüpfburg übrigens. Wir sind wieder zurück im Zimmer. Ich habe meine Maske und für uns geht es jetzt los zum Essen. Die anderen warten schon unten auf uns. Würdest du mal kurz halten, bitte? Ich zeige euch mal ganz schnell mein Outfit, bevor wir dann losdüsen. So, das ist es jetzt. Meine Lieblingsjeans und dann hier dieses Oberteil. Das liebe ich ja total. Das habe ich schon jahrelang, das habe ich irgendwann mal, ich glaube, vor drei Jahren in den USA mitgenommen. Und das kommt immer mit, wenn es ein bisschen schicker werden soll. Ich habe auch richtig Hunger. Und jetzt, wo die Kids versorgt sind, gehen wir einfach los und holen uns auch was. Mal gucken, was ist heute Abend lecker. Das ist ganz mega schick. Oh, danke. Total, der Anke sieht so schön aus. Hier gibt es jetzt Käse. Da stehen die Desserts. So schaut jetzt meine Hauptspeise aus. Sorry, dass das Licht hier ein bisschen flackert. Das ist von der Kerze, die da steht. Wir haben super gegessen und laufen jetzt hier nochmal eine Runde mit diesem steilen Berg mit vollem Bauch hoch und jetzt keuchen wir. Alles gut, Ava? Wir genießen hier jetzt die goldene Stunde. Die Ava fährt auf den Rädchen, auf denen sie mit dem Knie immer gegen die Stange getonnert und die Isi hüpft. Und die Sandra flotzt auf. Schaut auf jeden Fall auch bei ihr vorbei. Wisst ihr eigentlich, dass die Sandra auch einen Flotkanal hat? Sandra bei Kleine Familienwelt. Genau, ganz einfach Sandra bei Kleine Familienwelt. Und mich total freuen, wenn ihr auch vorbeischaut. Dann könnt ihr nämlich den Teil sehen, den ich vergessen habe aufzunehmen. Die Mädels, die werden jetzt hier oben sich noch ein bisschen vergnügen. Und die Sandra und ich setzen uns noch einen Moment in die Lobby. Ich würde aber sagen, an der Stelle verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich glaube, morgen flotte ich nochmal für euch mit. Bin ich mir so ganz nicht sicher. Danke euch erstmal, dass ihr mich durch den Tag begleitet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.